Moin! Herzlich willkommen zum Chaos hier. Zum Chaos Sondergleichen. Ich muss erstmal gucken. Ich habe hier natürlich meine Drescher auf den Weg geschickt. Hier hoch zum Feld 45, was ja auch Sinn macht, aber naja, das mit den Wänden, das haben die dann nicht ganz so gut verkraftet. So, wie rum stehen wir? Da ist das, da ist das, da ist das, alles klar. Das heißt, da kann ich jetzt erstmal raus, kann schon mal in den hier reinspringen, kann den anmachen. Ja, das hatten wir doch gerade erst. Dass ich hängen geblieben bin. So ein Quatsch, so ein Kack. Das war ein Mist, wie man auch mal sagen würde. So. So, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich für eine Länge von Überladerohr genommen habe. Da habe ich natürlich jetzt gerade keinen Überblick mehr drüber. Weiß ich natürlich null. Wo kommt der andere Drescher? Da kommt der andere Drescher. Der dann hier auch gleich hängt. Und wir müssen auch noch einen neuen kaufen. So, dann warten wir mal eben hier. Und versperren ihm den Weg. Er kommt da gleich um die Ecke geknöselt. Da kommt er. Da kommt er. Und alles schneller. Dann locker reinlassen. Oh, der läuft, sehr schön. So, ja, na klar, Kurse löschen. Ja, es wird. Aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, wo finde ich das denn raus? Gar nicht, ne? Bin ich gar nicht raus. Bin ich auch hier nicht raus. Wenn ich die hier anklicke, kann ich die nur verkaufen. Oh Mann ey, nerf, 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 nerf. Ja, egal. Dann müssen wir wohl noch was kaufen hier, wo war das? Wir waren hier bei Erntemaschinen, oder? Ja. 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 Hier kommt das hin mit dem 4.0 Euro. Das war falsch, schade, 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 aber auch nicht schlimm, aber es war falsch. Ich muss hier noch eben umkonfigurieren, kann ich ja zum Glück hier machen. Dann können wir den da ja auch noch eben hinfahren. Okay. 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 Mit dem Terrorertrag kommt der nicht klar oder wie? Na ja, müssen wir mal beobachten. Na ja doch, bisher sieht es ganz gut aus. Was machen die Felder? Ja, noch nicht reif, oder? Nee, noch nicht erntereif. Ich kenne das echt. Das ist total ätzend. Egal. Egal. Wir gucken erstmal. Was müssen wir denn noch machen? Wie geht es überhaupt unseren Tieren? Da haben wir ja schon ewig nicht mehr geguckt. Okay. Oh. Die Schweine haben kein Wasser mehr. Die Kühe haben kein Wasser mehr. Ach quatsch. Da kann ich ja gleich auch mal hinspringen. Besuchen. Kuhweite. So. Also ich habe das noch nicht gekauft. Gibt es doch gar nicht. So. Beine. Da habe ich das schon gekauft, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Wie habe ich das bei den Kühen noch nicht gekauft? Katastrophe. Das ist ja auch noch nicht gekauft. Okay. Okay. Also der kommt. Kommt um 6 Uhr. Naja. Das dauert ja noch. Okay. Was fehlt denn hier sonst noch bei den Tieren? Das dauert ja noch einiges. Gucken, ob ich überhaupt noch Milchfutter habe. Da habe ich noch. Dann kann ich mich da jetzt mal eben drum kümmern, dass die hier alle Putter kriegen. den kann ich auch mal zum tanken da hinstellen und der muss dann auch noch sauber gemacht werden. Oh, das kann ja ohne mich hier passieren. So. Dann nehmen wir den noch. Einer von meinen beiden MB-Tracks macht mir auch Probleme. rein vom äh... rein irgendwie mit irgendeinem Lichtskript oder so. Aber ich glaube das war der 900er. Und nicht hier der 1500er. Dann kümmern wir uns mal eben um die Schweine. Solange wir die Felder noch nicht fertig sind. Genau. auf so wie sieht es denn aus oh ja da wollte ich nicht das ist voll ok schön und 300.000 liter ja schön vielen dank fürs zuschauen vielen dank für die likes und abos wir sind am ende angekommen ich weiß etwas irritiert ich musste erstmal gucken wo wir sind wir sind sonntag morgens heute nachmittag gibt es eine ausgabe habt ihr gestern live stream geguckt wie dem auch sei der lexion steckt im verkehr fest ja das soll auch das ist auch richtig so gut ich verabschiede mich von euch und sagt dann mal bis heute nachmittag